Liebe Musikfreunde, der dritte Adventssonntag ist geprägt von der Vorfreude auf das Fest der Geburt Christi. Der Apostel Paulus schreibt an die Gemeinde in Philippi, Freut euch in dem Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch, denn der Herr ist nahe. In Johann Sebastian Bachs Choral auf die Melodie von Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren, heißt es in bildreicher barocker Sprache, kommst du nun Jesu vom Himmel herunter auf Erden? Soll nun der Himmel und Erde vereinigt werden? Ewiger Gott, kann dich mein Jammer und Not bringen zu Menschen gebärden? Amen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020